Herzlich Willkommen an der Müritz, die zur Mecklenburgischen Seenplatte gehört. Mit mehr als 1000 Seen ist die Mecklenburgische Seenplatte das größte zusammenhängende Seengebiet Deutschlands. Es ist ein Urlaubsparadies und es gehört zu den reizvollsten Landschaften Europas. Direkt am westlichen Ufer der Müritz liegt die malrische Kleinstadt Röbel mit ihrem Wahrzeichen, die Marienkirche. Röbel entstand bereits im 10. Jahrhundert als Siedlung, ist heute ein staatlich anerkannter Erholungsort mit 6000 Einwohnern und entwickelte sich in den vergangenen Jahren zu einem beliebten Ferienort. Trotz ständig wachsender Besucherzahlen hat Röbel seinen Charme und seine verträumte Romantik erhalten. Mit ihren wunderschönen und aufwendig sanierten Fachwerkhäusern zählt Röbel zu den schönsten Orten an der Mecklenburgischen Seenplatte. Von der Uferpromenade aus gelangt man vom Müritz-Seepark in nur wenigen Minuten in die Innenstadt. Der Stadthafen ist auch Ausgangs- und Treffpunkt für viele Aktivitäten, die sie hier rund um den See unternehmen können, in einer herrlichen Landschaft und einer intakten Natur. Die Müritz und ihre vielfältige Landschaftsstruktur ist auch ein Paradies für die, die sich gerne im oder auf dem Wasser bewegen. Ob sie ein Motorboot, eine Segeljacht oder auch nur eine Jolle besitzen oder anmieten, auf der Müritz erleben sie Urbanen, Boot- und Wassersport. Wenn sie nicht zu den Marineliebhabern gehören, dann finden sie an den Ufern der Müritz ruhige Plätze zum Entspannen und familienfreundliche Einrichtungen. Oder sie erkunden die Umgebung auf dem Müritz-Rundwanderweg mit dem Fahrrad. In den vergangenen Jahren sind an der Müritz eine Vielzahl neuer Liegeplätze mit modernsten Versorgungseinrichtungen für Bootsbesitzer entstanden. Geschützte Liegeplätze, Energie- und Frischwasserversorgung oder Bootstankstellen finden sie in allen Häfen, Marinas und Wasserwandererstplätzen. Wenn sie neben ihren Wassersport oder anderen Freizeitaktivitäten auch gerne Golf spielen, dann besuchen sie die wunderschöne Golfanlage von Schloss Flesensee. Der Golfplatz gehört zum Hotel Reddison Blue Ressort Schloss Flesensee und ist in weniger als einer halben Stunde von Röbel aus zu erreichen. Nur wenige Minuten von Röbel entfernt befindet sich der Müritz-Seepark. Die moderne Ferienanlage mit ihren 40 freistehenden Häusern mit je 350 bis 500 Quadratmetern Grundfläche liegt in einem ruhigen und bewaldeten Gebiet direkt am Wasser und am Müritz-Rundwanderweg. Von ihrer Terrasse oder vom Balkon aus haben sie einen wunderschönen Blick auf die Seenlandschaft, den sie sicher nicht mehr vergessen werden. Das Ferienhaus Kiebitz kann mit bis zu acht Personen bewohnt werden. Es hat einen großzügigen Terrassenaußenbereich und einen hohen Wohnkomfort. Die Wohnfläche beträgt 102 Quadratmeter. Die hellen und lichtdurchfluteten Räume sind sehr komfortabel und funktional eingerichtet und sie können ganzjährig darin wohnen. Das, was sie von zu Hause gewohnt sind und natürlich auch von einer Ferienwohnung erwarten, das garantieren wir ihnen hier an ihrem Urlaubsdomizin. Im Obergeschoss befinden sich drei Schlafzimmer und das Haus hat zwei Bäder. Für Investoren, die die Kombination aus hoher Rendite und eigenem Erholungswert zu schätzen wissen, ist das Ferienhaus bestens geeignet. Die Müritz, eine Kultur-, Seen- und Ferienlandschaft, die sie begeistern wird. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020